Hier gibt es ja auch nichts anderes zu entdecken, außer die Schlüssel. Sie haben schon knapp gewegen, Warte. Aua. Hast du hier eine Schlüssel schon? Ja. Oh Mensch. Ja, wo bist du denn? Warte mal. Ich bin ein Nachzügler. Wie jeder Raum gleich aussieht, ey. Ich glaube, wir müssen wieder hin. Ich muss das mal regenerieren. Okay, rein. What the fuck? Wo ist denn hier die Tür? Da ist keine Tür mehr drin. Wir müssen zurück. Wir müssen, glaube ich, zurück. Aua. Da unten hin. Scheiße. Fick dich. Fick dich. Mann, wie lange dieser Scheiß so offen lebt, ey. Ey, die kann das cool hier. Das ist ja nicht schlimm, aber was du bist. Das ist ja nicht schlimm, aber was du bist. Raze. Raze. Wo gibt's denn Raze, Alter? Ich will mich hier sowieso nur Disco, ey. Gibt's ja auch noch. Ey, da ist die Tür coisa. Bei mir stehst du nur rum, stimmt das? Und du gehst bei mir jetzt die Musik weg und du stehst bei mir nur rum. Echt? Ja. Wieso denn? Ich weiß nicht, ich weiß, wie die Tür machen bei mir auch nichts. Aber ist das Schmier abgeschmiert? aber jetzt bin ich das Portal geflogen und das passiert nicht das ist gerade das Online-Linein gezeigt den ist glaube ich ganz kurz abgesperrt kann das sein war ich dann nen TTS gesiegt? ne, aber das heißt, das heißt, nen TTS kann man auch noch drin sein, wenn irgendwas gesperrt ist oder so das ist ja das Witzige an, ich mach hier grad übelst in das Raids, Alter das ist bestimmt Kinder-Sicherung du musst, du musst übrigens alle Ringe sammeln, wenn du da durchfliegst, glaube ich naja, wenn du mal so weit bist kann ich mich nicht in die Leute machen? ich kann nicht kicken höchstens naja, das bringt mir jetzt nicht wenig ja, du kannst nur connecten ich bin total lustig jetzt ich sprinte ja überall durch, Mann wiii also bis gleich und ich glaube, die sind zwei Gänge für den Spieler, glaube ich ich muss hier gar nicht frasen, sehe ich vorne Ich glaube die Stimme auf dem Sack. Oh yeah! Hey, das Race macht überall fun. Glaube ich die nicht. Ne? Ja, ja. Soll ich die jetzt kicken oder nicht? Hm, aber ich bin schon wieder neu drauf. Geht's jetzt oder was? Hm. Aber ich lasse das irgendwie ganz schnell, ne? Ja. Aber irgendwie nichts einsammeln. Ja, weil ich das schnell nichts eingesammelt habe. Aber wenn da zwei Tunnel kommen, dann nehmen wir den untersten rechten, weil da sind noch Ringe drin. Ich nehme den anderen. Okay, den untersten rechten nimmst du. Ich habe den obersten genommen. Ich glaube, ich glaube... Im Ringe hast du ja alle Ringe eingesammelt. Ne. Schon auf dem Weg hast du welche gewinnen. Ich muss hier eigentlich den rechten legen. Weil man doch rechts ist. Warte. Ich weiß nicht, ob man wirklich alle Ringe sammeln muss. Was? Steht zumindest nicht als Aufgabe da. Steht zumindest nicht als Aufgabe da. Da hat er mir das mal gesagt. Nein. Bist du jetzt schon bei den Tunnels? Ich bin doch nicht. Soll ich. Okay. Ich habe den oberen linken genommen, ja. Das hier ist nice. Ne, den untersten rechten. Ey, du hast nur von linken gesehen. Das hier ist nice gewesen gerade. Hat sich überholt. Gucken. Da war's. Wir sind hier sein. Aber die Story war echt interessant, ey. Na, ich laue mich mal anstatt, habe ich nicht viel mitbekommen. Wie da rein vielleicht? Hennuch ist ja nicht vorbei. Ich glaube, das geht nur ne ganze Weile. Das ist Boss. Das ist mein Boss. Was? Boss fight Leute, wo ist denn der Boss? Da unten Wir hatten das ist so eine Story wo man eigentlich mit nachher den AHF Ja? Wenn wir den nicht checken Was ist das für ein Boss? Der verschwindet manchmal, der Boss Wirklich, das waren die Gegner hier schon die ganze Zeit Aua Wow Ich bin tot Batsche, ich bin den auch nicht schieben Aber Ja, dann kannst du ihn schieben slay, ne? Nö, ich kann zugucken Fick dich Wo ist denn der? Weiß ich nicht Alter, was? Was? Das ist der Bonus wieder hinter uns Oh ne, noch nicht Ha Jetzt komm her Junge, Alter Ach man kann sogar verfolgen wo der, wo der in ist Weil der sich dann irgendwie so bewegt Das ist wie schwer tot Ja Ja Ja, das ist mein Nackt im Obachter, Alter Ach, die Boss-Falls sind wie lame Oh ja Hey, der ist fast down Ach ne Der macht immer so ne gerbe Spur wenn er sich bewegt Guck mal Er hat sich eingeschritten Oh ja Alter hab ich gerade passiert Ich glaub ich hab all deine Schüsse abgewehrt Echt? Ich bin immer trotzdem gestorben What? Echt? Ja Ich will den 4-Normatik zugucken Das ist fast schon Mach das mal Lass auch hintereinander bei deinem Tieter dich irgendwann ganz gut Ich schieß dir rüber trotzdem Der trifft aber fast nie dann Für mich trifft jetzt immer so ne F**k you F**k you Motherf**king god Woah, 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 woah So Ich hab was alleine gemacht, ey Ey, das sieht voll geil aus Ich bin ja, guck mal Ich bin ein Können, ein King Guck mal, hier Ich bin ein Können, ein King Guck mal, hier Guck mal, ich hab neue Freunde gefunden Woah, da ist noch was Muss man schon hier nicht finden, oder? Wollen wir Was hab ich jetzt eingesammelt? Yes Äh, Exit Sanctuary Wir müssen wieder raus, ja Eine Stadt im Borderlands heißt Sanctuary Ja, das heißt aber Ja Das ist aber nicht der Eigenname, sondern halt Sanctuary als, ich weiß gar nicht was das übersetzt heißt Sanatorium oder sowas, oder? Hm Ich Ich mach eine Enthaltung Ich weiß das auch nicht Ja Ja man, das ist so nice hier Alter Ich glaube, das ist in der Schmierangang, ja Woah Hier ist ja Corruption Ich hab eine Corruption Ich hab eine Corruption schon lange nicht mehr gesehen Boah, Alter Du warst ja einfach durch, oder was? Mhm Okay Aber wie geht's denn hier weiter? Hä? Bin ich jetzt Doof? Also ich weiß nicht, wie du dich da verfliegen kannst Ich bin nur, dass wir gerade ausgeflogen haben, kam dann eine Wand Loll Mhm Was los? Und gut Achso, ich bin wirklich doof Da war eine Lücke Boah, Alter, was sind denn das für Viecher? Boah Alter Vater, alter Vater Knappe Sache hier Ich bin immer gespannt fand, wenn du da ankommst Ich bin bereit Alter Was ist denn da? Was ist denn da? Nee, ich bin Vollshit and Corruption Woah Hast du ihn gesehen? Alter, was ist denn da? Hm Hm Du schießt Misshalts, oder? Ja Ach du Kacke Ich bin übrigens wieder ganz hinten Äh, wir sind jetzt bei mir rot Ich glaub ich bin in die falsche Richtung geflogen Ja Hauptsache ich vergesse mir die falsche Richtung Loll, wie langsam bist du Wo? Mal Mal Äh, weiterfliegen wir Häh, bin ich grad auch in die falsche Richtung? Ey, what the fuck Ich bin nämlich hier hinten gespaunt auch Oh mein Gott, so missmenschlich. Alter Vater. Oh, ich bin schon wieder an dem Typen gestorben. Echt? Ja. Ist das jetzt hier lang, oder? Du bist vor mir, du Cheater. Ich bin gestorben, da waren richtig viele Slasher. Ich weiß nicht, ob ich mich hier in die Richtung nicht fahren muss, wenn ich spawnen. Nein. Jetzt komme ich hier nicht mehr weg, oder was? Ich weiß nicht, ob ich hier in den Ziel gespawnt habe. Ich habe keine Ahnung, ich fliege immer noch richtig, ich fliege einfach irgendwo hin. Was zufuck, wenn ich dich lächle, lächle manchmal Porten. Morne, das macht doch kein Pfannen, Alter. Du machst außerdem noch gar nie. Du bist, Anni, du bist hinter mir gespawnt. WTF? Sie sieht immer so aus aus. Ich weiß nicht, ich war vielleicht irgendwo, ich weiß nicht, wo ich gespawnt bin. Na, ich habe es mal schnell für uns gemacht.